Und wenn er das einfach spürt, dass er immer wieder in diese Angst abrutscht, dann dürfen wir da beten lassen und Jesus kann alles heilen. Er heilt alle Leiden, Gebrechen und Krankheiten, alle Zustände. Er befreit uns und holt uns heraus aus diesen Ängsten, die furchtbar sind. Nur das Gesicht zeigt dir schon, wenn dich das anspricht jetzt, schreib es auf. Wenn du immer wieder abrutscht, du meinst so, dann rutschen sie in Depressionen ab, in Negativität. Dann kommt jetzt vielleicht etwas, wo eigentlich die Apokalypse sich ein bisschen mehr vollzieht. Und dann ziehen sie durch den Wind und sagen, was kommt, was kommt, was kommt. Das ist eine falsche Frage. Wer kommt? Er bringt dich durch. Er kann sogar das Mehlfass immer wieder auffüllen. Und das Ölfass versiegt nicht, wie bei dem Propheten Elia. Glaubt er nicht, dass er sein Volk durchbringt? Wichtig ist, dass du ihn liebst. Werde er nicht für den sorgen, der ihn liebt. Und dann kommt man ein bisschen runter von den ganzen Ängsten. Es ist wirklich teilweise ganz schön bedrückend, wenn wir das immer mehr gerade in den Gesprächen mitbekommen, dass diese Angst so dominant ist. Dann die Angst vor der Krankheit. Manche sind ja durch den Wind von den Krankheiten. Ich habe Angst, Krebs zu bekommen. Da bekommst du es ganz sicher. Jene, die Angst haben, haben die schlimmsten Verläufe gehabt bei Corona. Und wenn du Angst hast, jetzt bekomme ich Krebs. Jetzt versagt mir im Körper irgendwas. Und meine Mama hat auch Krebs gehabt. Oder ist früh gestorben. Und ich habe auch noch Angst. Ich bin gefangen, versteht ihr? Gefangen von all dem Zeug. Deine Stunde ist von Gott vorherbestimmt. Und so lange leben wir. Und dann gehen wir einfach. Oder willst du ewig da bleiben? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, wir loben und preisen dich. Wir beten dich an und wollen in diesem Vortrag dich bitten, dass du uns im Heiligen Geist erfüllst und an alles erinnerst, was irgendwo in unserem Leben ist, wo wir unfrei sind. Jesus will mich befreien. Ich habe versucht, einfach mal so eine Aufstellung zu machen, wo Menschen unfrei sein können, wo sie in Süchten gefangen sind, wo wir verknechtet sind, wo wir nicht alleine herauskommen. Und Jesus kommt uns entgegen und hilft uns, auch den Schwachen. Er sagt ja, rühme dich deiner Schwachheit, damit in deiner Schwachheit meine Kraft zur Vollendung kommt. Keine Angst, wenn ihr Angst habt oder wenn ihr nicht rauskommt und ihr seid schwach, dann seid ihr bei Jesus bei einer guten Adresse. Er tritt euch nicht nieder, wie es in der Welt ist, versteht ihr, wo eben in den Firmen oft die ausgesiebt werden, die nicht so gut sind. Die haben gerade bei Jesus die Chance, er hat das Schwache auserwählt, um das Starke zu beschämen. Rühme dich sogar deiner Schwachheit. Deswegen ist seine Mannschaft da unten auf der Erde, die er zusammensammelt, nicht eine starke Mannschaft im Sinne dieser Welt, wie die ganzen Soldaten und die Heere, die ausziehen. Es sind Schwache, Kleine, Unmündige, jene, die aber ein Herz haben voller Liebe. Weil wir haben ja einen Gott, der kann es so machen. Und die Feinde sind alle beschämt. Seht ihr, Satan geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wenn er verschlingen kann. Hier steht wie ein brüllender Löwe. Er ist aber kein brüllender Löwe, sondern es gibt nur einen Löwen von Judah, der die Macht hat, alle Macht auf der ganzen Erde, für uns, gerade für die Schwachen, versteht ihr? Und er hat die Schwachen auserwählt, damit ganz sicher ist, wenn diese Schwachen siegen mit Gott, dass der Sieg nicht von uns kommt, die wir stark sind, sondern von Gott. Sie werden Gott loben und preisen. Wenn es die Großen und Starken sind, die lassen sich umjubeln und sagen, wir haben es gemacht. Wir sind die Starken. Dann hat Gott wieder keinen Platz. Aber er soll groß rauskommen. Deswegen hat er es so gefühlt, versteht ihr? Habt auch keine Angst vor eurer eigenen Schwachheit. Und wenn ihr manchmal so die Kirche anschaut, keine Schlagkraft mehr. Meine Lieben, der liebe Gott ist die Schlagkraft in uns. Müssen wir uns fürchten? Wenn du Jesus in dir hast, als Löwe von Judah, wenn du dich äußerlich auch schwach fühlst, hinfällig, armselig, gebrochen oder sonst irgendwas, wenn du den Löwen von Judah in dir hast, bist du in der Überzahl. Am Arbeitsplatz, in deiner Familie, überall wo Gott dich hingestellt hat. Du musst nicht in erster Linie kämpfen, sondern lass Jesus kämpfen in dir. Der wie ein geordnetes Schlachtherr ist, auch Maria, die Mutter Jesu. Sie räumt in der geistigen Weise auf um dich herum. Manche gehen so in eine tiefe Depression, weil sie dann sehen, wir kämpfen gegen diese Mauern von Jericho, kommen nicht dagegen an und sind irgendwie depressiv, niedergeschlagen, mutlos. Sondern, nein, das macht Gott. Wir sind kleine Kinder. Hat er gesagt, dass du kämpfen musst. Sondern du sollst Gott loben und preisen und um diese Festungen dieser Welt, zum Beispiel um die Medien, um alles herum, wo sie diese Gottlosigkeit befestigen wollen, gehen wir drum herum, loben Gott und preisen ihn. Und das fällt irgendwann zusammen. Kann er nicht die Satelliten mal runterholen, dann ist es vorbei. Ein Komet würde genügen, wenn er sagt, jetzt ist Schluss. Ein Komet, zack, wäre alles unten. Kein Handy funktioniert mehr, kein Fernsehen, nichts mehr. Das bestimmt alleine Gott, das machen wir nicht. Und so lange gehen wir mit ihm. Und du bist immer in der Überzahl, du bist immer der, der stärker ist. Wenn du auch dich äußerlich schwach fühlst. Dieser Satan, der sagt nur, geht umher. Wie ein brüllender Löwe. Meine Lieben, ihr habt den Löwen von Judah in euch. Bedenkt es, bedenkt es. Dann seid ihr immer jene, die voller Zuversicht, voller Hoffnung sind, oder? Wenn du für Gott bist, wer ist dann gegen dich? Such ihm allen das Reich Gottes und alles andere wird dazugegeben, nachgeworfen. Wichtig, ganz wichtig. Gehen wir hinein, dieser Löwe von Judah. Der ist der wahre Löwe. Nicht der Löwe, der Satan. Und wenn er noch so brüllt, wenn er noch so sich gebärdet, und er schreit halt sofort, weil eben Jesus der Stärkere ist. Vertrauen wir ganz auf ihm und lassen ihn herausgehen. Aus uns. Er ist ja drinnen. Vielleicht wartet er oft. Und du vergehst in der Angst, innerlich und äußerlich. Und Jesus sagt da drinnen, hey, ich bin ja auch noch da. Was soll ich denn tun? Ach, stimmt, ich habe dich vergessen. Du bist ja in mir. Heute Morgen oder heute Abend habe ich dich empfangen. Lassen wir ihn mal heraus. Haben schon manche ausprobiert. Dann ist er herausgekommen. Ich habe es selbst ausprobiert. Man sagt, ja, ich komme da nicht mehr dagegen an. Es ist jetzt so eine Umklammerung um mich herum. Und ich schaffe es nicht. Komm doch heraus und räum mal auf. Zack, ist er heraus. Ja, sonst bist du in der Schwachheit. Du kommst nicht raus. Seid her, räum mal auf. Hast du so schon gebetet? Hast du es schon so gemacht? Im geistlichen Leben. Wir Priester sind oft. Und auch in den Segensdiensten oder so. In dieser Beträngnis vielleicht. Und dann sagen wir, Herr, du bist es. Kommt er da nicht groß heraus? Und wenn wir dann sehen, wenn er aufräumt. Wow. Dann beginnst du zu loben und zu preisen, oder? Dann beginnst du zu loben und zu preisen. Er hat uns befreit. Er hat uns befreit. Alleine. Wir könnten es nicht. Und das liebt er an den Gotteskindern, die alle schwach sind. Er braucht nicht stark sein. Versteht ihr? Er braucht überhaupt nicht stark sein. Wir sind die absolut Schwächsten, die er erwählt hat. Aber mit ihm sind wir stark. Mit ihm können wir alles. Ohne ihn können wir nichts. Aber mit ihm alles. Das ist unsere Stärke, versteht ihr? Deswegen, weil wir einen so großen Feind haben, hat Gott bewirkt aus sich. Wie kann ich diese Schwachen stark machen? Ich komme in sie hinein. Dann brauchen sie sich nicht mehr fürchten. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Oder wer mich liebt, zu dem wird mein Vater und ich kommen. Wir werden bei ihm Wohnung nehmen. Stellt euch mal vor, der dreifaltige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Wie wir beten, wenn wir Segnungen machen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Ja, haben die da draußen, die Großen, die Mächtigen irgendwas erschaffen? Merkt ihr? Das beten wir. Aber wir sind uns nicht mehr bewusst, dass er da drinnen ist. Der dreifaltige Gott. Meine Lieben, ihr liebt doch euren Gott. Seid ihr nicht Verliebte in Gott? Ich auch. Und ich liebe meinen Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, der in mir Wohnung genommen hat. Aber dann ruf ihn auch, wenn es notwendig ist. Wenn du voll am Anschlag bist. Das liebt er. Und dann beginnt er in dir. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Beziehung und überall, wo du stehst und manchmal dich so schwach vorkommst wie noch was. Herr, steh auf. Maria, steh auf. Du Mutter Jesu, die auch in uns, die immer mit dem Herrn vereint ist, auch in uns, dass wir geradezu sagen können. Du Löwin von Judah, steh auf. Ist auch eine Löwin. Und wie? Und ihr wisst, wenn die Kinder bedroht werden, dann ist es so, dass der Löwin nicht mehr gegen die Löwin ankommt. Und die Mutter kämpft. Und ihr seid alle Kinder Mariens. Und lasst auch mal jene aufstehen, die wie ein geordnetes Schlachtherr ist in euch. Die alles niederringt und die der Schlange den Kopf zertritt. Ich glaube, das ist ein Geheimnis. Das wird viel zu wenig bedacht. Und dann wird rumgejammert. Ich werde so bedrängt und alles Mögliche. Ja, wen hast du in dir? Da denken wir manchmal nicht dran. Und Jesus sitzt da drin im Gefängnis und sagt, hey, ich bin ja auch noch da. Maria ist auch noch da. Deine Mutter. Das ist etwas ganz Kindliches, versteht ihr? Wo wir ein ganz tiefes Vertrauen zu Gott haben dürfen. Und deswegen, weil der Feind so groß ist, um uns herum, hat er gesagt, ich gehe in sie. Ich erwähle sie zum Tempel. Und ich werde in diesem Tempel Wohnung nehmen. Ich finde das genial. Wisst ihr, das müssen wir so euch erklären, wir Theologen. Weil ich versuche einfach zu fragen, Herr, warum machst du das überhaupt, dass du in uns hineinkommst? Wisst ihr, der Satan will auch in euch hinein. Im schlimmsten Fall bis zur Besessenheit. Aber das ist eine Besetzung. Der Sohn Gottes kommt in uns hinein, damit du frei wirst. Zur Freiheit der Kinder Gottes. Denkt er gestern Abend. Der Satan wird in dich hineinkommen, um dich zu besetzen. Und dich zu knechten. Und dich zu benutzen. Wenn man sündigt. Wenn man die Türen aufmacht. Aber das sollst du nicht. Deswegen hat Gott das gewählt. Er will in uns hinein. Und er ist in uns. Sei dir das ganz tief bewusst. Es ist etwas Entscheidendes. Du bist immer in der Überzahl. Aber mache Raum in dir für Gott. Mache Raum für Maria in dir. Wie stark wird die Christenheit sein? Das sage ich euch. Wenn Gott in dir ist, der Himmel und Erde erschaffen hat. Himmel und Erde. Der ein Wort hat. Wenn dieses Wort in dir wohnt. Was ist das für eine Kraft? Deswegen fürchtet der Satan nichts anderes, wie das Kind Gottes, wo diese tiefe Dimension der Einwohnung des dreifaltigen Gottes in dir ist. Und der Einwohnung Mariens. Der Mutter Jesu. Wir gehören zu den Siegern, nicht zu den Verlierern. Satan ist der Verlierer. Wir gehören zum Sieger. Zum Löwen von Judah. Ist das nicht schön? Versteht ihr? Ein paar Bilder, wo ich es einfach rausgesucht habe. Jetzt gehen wir in die Süchte, meine Lieben. Ein bisschen so ein Diagramm. Die Glücksspiele, 500.000. Dann Online-Abhängigkeit. Wir haben ja ganz, ganz viel Cannabis, was jetzt auch freigegeben wurde. Alkohol, Medikamente und Rauchen. Das sind so die typischen Süchte. Jetzt dürfen wir uns fragen, das Erste, diese Angst, die uns oft bewegt. Wir haben gesehen, was in der Corona-Zeit das angerichtet hat. Diese Angst. Da kannst du ganze Völker lenken, wenn du diesen Virus der Angst hineinsetzt. Oder wenn Menschen Angst haben und haben das gelernt von den Eltern. Dann sind sie immer nur in Angst. Wie oft habe ich mal gerade so Geschichten. Meine Mutter sagt zu mir, gib Acht, wenn du jetzt hinausgehst, dass kein Auto dich überfährt. Gib Acht in der Schule. Gib Acht über das. Und mach das nicht. Und mach das nicht. Und dann stehen die Kinder vor der Mama. Mama, hör doch mal auf. Du machst mich doch ganz verrückt. Dann öffnest du etwas, was eben nicht gut ist. Oder wenn sie missbraucht wurden und dann die Angst hineingekommen ist. Und man wieder in der Weise Angst hat, dass man in diese Notlage kommt. Da dürfen wir Jesus hineinkommen lassen mit dieser Todesangst. Damit diese Zustände und die ganzen verschiedenen Bereiche der Angst geheilt wird in uns und befreit wird. Durch die Todesangst. Durch die Todesangst Jesu. Dass man in eine Stärke verwandeln kann, dass du leben kannst, obwohl du die Tendenzen vielleicht, diese Angst sehr stark in dir hast. Dass du dich versteckst. Wenn zum Beispiel Eltern immer gestritten haben, wo das Kind im Mutterschoß war. Ihr seht das ganz gut an dem Bild. Und dort immer mitbekommen haben, Mama und Papa hat gestritten. Dann ziehen sie sich zurück, wenn die Eltern streiten. Weil sie immer meinen, sie sind schuld, wenn Mama und Papa streiten. Und sind in dieser Angst gefangen, wie in einem Kerker. Und wenn ihr das einfach spürt, dass ihr immer wieder in dieser Angst abrutscht. Dann dürfen wir da beten lassen. Und Jesus kann alles heilen. Er heilt alle Leiden, Gebrechen und Krankheiten, alle Zustände. Er befreit uns und holt uns heraus aus diesen Ängsten, die furchtbar sind. Nur das Gesicht zeigt dir schon. Wenn dich das anspricht jetzt, schreib es auf. Wenn du immer wieder abrutscht. Du meinst so, dann rutschen sie in Depression ab, in Negativität. Dann kommt jetzt vielleicht etwas, wo eigentlich die Apokalypse sich ein bisschen mehr vollzieht. Und dann sind sie durch den Wind und sagt, was kommt, was kommt, was kommt. Das ist eine falsche Frage. Wer kommt? Brauchen wir Angst haben, wenn der kommt, der eh schon in dir ist. Du kennst ihn ja. Der kommt. Da kannst Katzen hakeln außenrum. Da kannst du stürmen. Er kommt, der schon in dir ist. Du kennst ihn. Was hast du Angst? Es vollzieht sich ja nur die Apokalypse. Ja, es vollzieht sich nur die Apokalypse. Du liebst ihn. Du hast ihn. Du bist der Besitz von deinem Gott. Wenn es da draußen ein bisschen zugeht. Und wenn jetzt das Böse sich rauslehnt aus dem Fenster und will alles in Besitz nehmen und sagt, wie es heißt, sie haben sich verbündet gegen Gott und den Gesalbten. Und später heißt es im Vers, um Gott lacht über sie. Was fürchtest du dich? Die sind vollkommen durch den Wind teilweise. Gerade die konservativen Christen, die ein bisschen tiefer drin sind und sagen, oh, oh, da kommt was auf uns zu. Was kommt auf uns zu? Der Herr kommt auf uns zu. Merkt ihr? Da müssen wir mal wieder ganz aufräumen und diese ganzen Ängste. Da kommen ganze ins Szenarium der Existenzängste und dann wird gebunkert und alles mögliche gemacht. Versteht ihr? Wir sind alle gut drauf. Aber wichtig ist, dass du den in dir hast mit diesem Vertrauen. Er bringt dich durch. Er kann sogar das Mehlfass immer wieder auffüllen. Und das Ölfass versiegt nicht, wie bei dem Propheten Elia. Glaubt ihr nicht, dass er sein Volk durchbringt? Wichtig ist, dass du ihn liebst. Wird er nicht für den sorgen, der ihn liebt? Und dann kommt man ein bisschen runter von den ganzen Ängsten. Es ist wirklich teilweise ganz schön bedrückend, wenn wir das immer mehr gerade in den Gesprächen mitbekommen, dass diese Angst so dominant ist. Dann die Angst vor der Krankheit. Manche sind ja durch den Wind von den Krankheiten. Ich habe Angst, Krebs zu bekommen. Da bekommst du es ganz sicher. Jene, die Angst haben, haben die schlimmsten Verläufe gehabt bei Corona. Und wenn du Angst hast, jetzt bekomme ich Krebs. Jetzt versagt mir im Körper irgendwas. Und meine Mama hat auch Krebs gehabt oder ist früh gestorben und ich habe auch noch Angst. Ich bin gefangen, versteht ihr? Gefangen von all dem Zeug. Deine Stunde ist von Gott vorherbestimmt. Und so lange leben wir. Und dann gehen wir einfach. Oder willst du ewig da bleiben? Mein Papa ist jetzt 92. Ich glaube, wäre nicht gut, wenn er ewig da bleiben würde. Der Körper zerfällt immer mehr. Wir haben jetzt 92 Jahre gefeiert mit meinem Papa und auch eiserne Hochzeit mit den Eltern. Aber du weißt ganz genau, Herr, ich glaube, sie dürfen irgendwann bald gehen. Aber du bestimmst es. Wir bleiben doch nicht ewig hier. Und einfach so in einer Zuversicht. Herr, du wirst den richtigen Tag aussuchen für mich. Ich lobe und preise dich dafür. Und in dieser Zeit arbeite ich für dich. In dieser Zeit bin ich Christ. In dieser Zeit liebe ich dich. Und ich bin nicht beherrscht von der Angst. Und ich folge nicht meiner Angst und meiner Befürchtung, meiner Sorge nach. Wisst ihr, was in der Heiligen Schrift steht? Was du befürchtest, das kommt über dich. Und wie viele sind darin befangen? Hört zu. Wenn ihr befürchtet, hört ihr auf den Satan. Und er gebt dem Glaubenden Satan, dass das Negative über dich kommt. Wem glaubst du? Glaubst du Gott? Das ist ein ganz wichtiger Satz in dem Bereich. Was du befürchtest, kommt über dich. Du gibst Satan die Macht, das Negative über dich zu bringen. Weil du es befürchtest und glaubst es mehr, wie dass dein Gott das Gute für dich bestimmt hat. Der nächste Teilsatz heißt, was du erhoffst, das wird dir zuteil werden. Glauben wir doch das. Beginne dann zu sagen, Herr, ich danke dir, dass es gut ausgeht. Ja, schau mal, genau die Exerzitien. Da ist am Anfang ein bisschen so eine kleine Nervosität und so. Geht das alles gut und so weiter. Und dann sage ich jetzt immer, Herr, es geht gut. Die Vorträge gehen gut, die Segenstienste gehen gut. Und alle gehen gut miteinander um. Wir werden ein tolles Klima haben zusammen. Ich danke dir und lobe dich und preise dich. Fällt alles weg. Ich habe es mal erlebt in der Schweiz. Da war in Zürich, vor allem fängt das Lobpreisteam mit dem hiesigen Kaplan anzustreiten vor mir. Und ich dachte mir, was ist jetzt los? Hey, was machen wir jetzt? Da bin ich ganz ruhig hingestanden. Herr, ich lobe und preise dich, dass du das jetzt in den Griff bekommst. Und du fegst jetzt die Wolken weg. Und nach fünf Minuten, ich war einfach da gestanden, habe das gebetet im Stillen. Wie? Wie ein Beschuss. Und auf einmal haben sie alle gelacht. Und dann haben sie gesagt, oh je, jetzt fängt das doch an. Mensch, jetzt streiten die noch. Aber was wird das für ein Laden werden? Dann hat das Satan Macht. Weil du es glaubst, dass das Negative über dich kommt. Merkt euch das gut. Das nimmt euch Jesus nicht ab. Ihr habt einen freien Willen, den einzusetzen und zu sagen, es wird gut. Das ist genauso, wenn eine Frau keine Kinder bekommt. Und sie dann immer sagt, ja, ich werde halt nicht schwanger, ich werde halt nicht schwanger, ich werde halt nicht schwanger. Und so weiter. Und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich schwanger werde. Und dass ich danke dir, dass meine Mutterschuss bereitet wird. Und es wird gut gehen. Dann kommt es. Was du erhoffst, das wird dir zutreien. Großartig. Das kannst du in alle Bereiche, versteht ihr? Ich kann nicht alles jetzt nennen. Anwenden. Und merkt euch das. Was du befürchtest, das kommt über dich. Und was du erhoffst, das wird dir zuteil. Sonst hängst du in diesen dunklen Schatten. Todesschatten. In dunklen Schatten. Wir haben einen Gott, in dem wir Zuversicht und Hoffnung haben dürfen. Nicht einen Geist der Verzagtheit und der Angst. Sondern einen Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. Der für uns sorgt. Ja, Vater, hast du was auf der Pfanne, oder? Mit deinen Kindern zu Hause. Kommen, Papa, Papa. Und so weiter. Du kannst doch das. Du sagst, was? Meine Kinder denken von mir, ich kann das. Jetzt muss ich was springen lassen, oder? Wenn sie vor dich stehen und sagen, Papa, oh, mein kleiner, äh, 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 kleiner Popikar ist kaputt. Papa, du kannst es reparieren. Dann macht der Papa das. Wenn du glaubst, wenn du glaubst, dass sie wieder spielen können. Und so müssen wir zu Gott sein. Und wie sehr tun wir oft die Türen öffnen für den Bösen? Indem wir ständig befürchten. Immer nur. Denk mal an deine Gedanken, was da alles losgeht. Und komm von dem weg. Ja, dann hängst du so rum, sogar die Kinder, dann kommen sie nicht mehr raus. Und dann ziehst du das ganze Leben mit. Und dann kommt es ganz sicher über dich. Manchmal sind auch Lüche auf den Menschen, Festsetzung, Fixierung, oder es wirken die Worte. Es geht ja eh alles schief. Es wird immer so kommen. Mach das Zeug weg. Das sind Lügen, die auf deiner Festplatte abgespeichert sind. Die bewirken immer wieder, dass das negativ eintrifft. Wenn du diese Festsetzung fixieren, Lügen, du kannst nichts, du taugst nichts, du bist nichts, bei dir geht eh alles schief. Bei dir kommt nie was raus. Du hättest am besten nicht auf der Welt sein sollen. Wenn diese Worte auf dir drauf sind und du sie nicht entlarmst als Lüge. Denn du bist in dieser Welt, damit du ein Leben lebst und es in Fülle hast. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und wir nehmen diese Fülle in Anspruch. Und wir leben nicht in diesem Schattendasein, in dieser Dunkelheit, in dieser Befürchtung und Ängste. Sondern einen Geist der Freiheit, versteht ihr? Gott sorgt. So wie die Kinder spielen und alles machen, weil sie sagen, ich habe Mama und Papa, die sorgen für alles. Morgen früh steht wieder das Frühstück auf dem Tisch, oder? Und das Mittagessen und Mama wäscht alles, kocht alles und sie sorgt für alles und dann spielen sie. Ja, so sollten wir vor Gott sein. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Rennen die Kinder ständig rum und sagen, heute wird es wieder ein schlechter Tag. Die springen hinaus, wenn sie Schnee sehen und da wird gespielt und mit dem Schlitten gefahren. Sie sind voller Freude. Die Eltern sagen, wenn sie so springen, dann sind sie gesund. Und wenn sie in einer Ecke sitzen, voller Angst, dann sind sie krank. Dann machst du das Gleiche, weil wir einen Vater haben, der alle Väter übersteigt. Alle. Und da hängen wir drinnen und dann geben wir oft Satan die Macht, dass er das Negative über uns bringt, weil unser Glaube so gering ist. Versteht ihr? Und dann kommst du, dann können wir beten, stundenlang, nächtelang. Wir kommen nicht raus, wenn du das Zeug nicht aus dir rausholst. Und wenn du es nicht Gott gibst und sagst, hey, da glaube ich mehr diesen Befürchtungen. Ich glaube mehr Satan wie Gott, der für mich sorgt als Vater. Vielleicht hast du es auch reingeprügelt und reingebrannt bekommen und die Worte drinnen auf die Festplatte abgespeichert. Versteht ihr? Aber dann lokalisier sie und der Herr löscht es aus. Er macht eine Firewall dir rein. Er macht ein Virenprogramm und haut das Zeug raus auf einen Spamordner und löscht es. Im Sakrament. In der Segnung. Diese Worte und diese Lügen werden gelöscht. Und jetzt kommt eine neue Programmierung deiner Festplatte. Eine neue Software und Hardware. Ha. Ja. Und dann läuft das Ding wieder wunderbar. Okay. Geh da hinaus, weil Jesus will dich da rausholen aus diesen Dingen. Das ist ein tolles Bild. Im Kreuz kommt er da, wo sie in Finsternis sitzen und in Schatten des Todes. Entschuldigung, dass es nicht so gut aufgelöst ist, aber ich habe nichts anderes gefunden. Aber ich will es euch doch zeigen. Ihr seht es. Wenn er durchbricht diese Mauern und holt dich heraus. Und manchmal kannst du dich selber einmauern, das sage ich dir. Mit all dem Zeug. Andere haben dich eingemauert mit den Worten. Du selbst tust dich einmauern mit den Worten und kommst nicht heraus. Ja. Dass der Böse überhand gewinnt. Versteht ihr? Dass der Böse überhand gewinnt und kommst nicht mehr raus. Auch wenn die Gewalt in der Kindheit groß ist, dann kann das auch so stark drin sein. Dann bist du blockiert durch deinen Vater oder durch deine Mutter. Und sie sind ja die Repräsentanten von Gott. Dann landest du in dieser Depression, dieser Angst. Und in diesem Selbstmitleid manchmal, aber das ist der Nährboden von allen möglichen Viren. Untugenden und allem möglichen, was da kommen kann. Dann willst du nicht mehr leben. Manchmal sind sie dem Tote mehr nahe wie dem Leben. Aber wir sind für das Leben bestimmt. Nehmen wir das an. Lassen wir uns befreien in dieses Leben, das Gott uns schenkt. Er ist das Leben. Das Leben ist uns erschienen. Das beim Vater war und Kunde gebracht hat, damit wir aus dem Tod und aus diesen Schatten herausgerissen werden in das Leben, des Lichtes, der Liebe, der Freude und des Friedens, der Zuversicht und der Hoffnung hinein. Das dürfen wir tun. Genauso den Bereich, es geht einfach weiter jetzt, der Selbstablehnung und der Abmagerung, der Magersucht oder des Selbsthasses, Selbstverachtung. Ich habe mal so ein Mädchen getroffen. Wisst ihr, was die gesagt haben im Freundeskreis? Du hast so dicke Füße. Und aufgrund dessen hat sie sich fast zu Tode gehungert. Weil sie auch schlanke Füße wollte. Das war eine Festsetzung und Fixierung von den anderen. Da musste ich das zuerst einmal lösen und da konnte sie sich wieder annehmen. Die hat sich immer noch dicker gefühlt vor dem Spiegel und dabei ist sie schon ein Strich gewesen. Aber nur von ein paar Worten, von ein paar Klassenkameradinnen oder Kameraden haben gereicht. So können Worte wirken, das sind wie Flüche. Festsetzungen und Fixierung. Und dann war es so, dann hat sie ein Schwur gesetzt. Euch zeige ich es. Ich werde auch schöne Beine haben. Und dieser Schwur musst du auch noch lösen. Merk dir, wie Worte wirken können. Und wie eigene Schwüre dann wirken können. Und denk mal nach, wo du so Schwüre gesetzt hast. Den zeige ich es. Genau. Dann siehst du dich so. Du bist total, überhaupt nicht mehr realistisch. Überhaupt nicht mehr realistisch. Dann sagst du, nein, keine Nahrung mehr. Eine Verweigerung. Auch eine Verweigerung des Lebens. Ich will letztlich anerkannt sein. Ich will auch geliebt sein. Ich will dazugehören. Und dann geht es nicht mehr gut. Versteht ihr? Oder es gibt ein Erbrechen. Dann essen sie und essen sie und essen sie. Und wollen die Liebe so hinein essen. Aber wisst ihr, die Liebe kannst du dir nur von Gott geben können. Auch wenn Mama und Papa versagt hat, dann hat er die Liebe nicht gegeben. Auch wenn es im Kindergarten die Liebe durch Mobbing nicht gegeben wurde. Dann lass es dir von Gott geben. Und komm aus dem Teufelskreis heraus. Aus diesem Gefangensein heraus. Und Gott hat keine Fehler gemacht. Und er hat dich schön gemacht letztlich. Und du musst das nicht machen. Und du musst nicht alles Essen reinholen. Ich habe mal einen Fall gehabt. Das war schon stark echt. Da haben wir in der Seelsorge wirklich den Punkt getroffen. Und die ist mit dem Rollator unterwegs gewesen. Wir sind ins heilige Land. Da kam sie mit dem Teller an. So wie heute Frühstücksbuffet. So ein kulinarisches Angebot. Dann hat sie gesagt, Herr Pfarrer, vorher hätte ich alles abgeräumt. Jeder Tisch. Ich hätte drei oder vier Teller morgens schon runtergeschlungen. Ich brauche es nicht mehr. Was haben sie da gemacht bei der Seelsorge? Ja, ich habe nur gebetet, dass die Liebe, die du nicht bekommen hast, in dich hineingeht durch den Vater, durch den Sohn, durch den Heiligen Geist und durch Maria. Und jetzt hast du sie. Du brauchst jetzt nicht mehr dir sie selbst geben. Durchs Essen. Da werden Chips und alles mögliche reingestopft. Und da kommst du aus der Form. Da kommt nochmal eine Depression über dich. Dann stehst du vor einem Spiegel. Du bist nur noch nicht mehr liebenswürdig, oder? Aber du musst futtern. Lass dir das von Gott geben. Das kannst du dir selbst nicht geben. Kannst du doch nicht deine Eltern schütteln und sagen, gib mir die Liebe, die ihr mir nicht gegeben habt. Also, genau das Mobbing. Wenn ihr da gefangen seid und dann bist du immer so, die wollen mich ja alle nicht. Dann ist es manchmal um so Menschen, wenn es schon im Mutterschuss beginnt, die Ablehnung von den Eltern und dann geht es los. Dann spüren wir, wie ein Negativ, wie dieser Fluch der Ablehnung wirkt. Und sie sind immer Außenseiter. Die kommen aus dieser Rolle nicht mehr raus. Es geht in der Schule so, im Kindergarten und dann werden sie so Loser und Aschenputtel und dann kommen die Hackordnung und alle gehen drauf. Was die mitmachen, was da für Traumata, Schockzustände sind, Ablehnungswunden und wie Gefängnisse außenrum, die wir durchbrechen dürfen in der Macht Gottes. Und Gott zeigt, wie schön und gut, dass du bist. Wie er dich gut gemacht hat. Nicht, dass du da bist zur Ablehnung. Und dann passiert es wirklich, wenn dieser Fluch gebrochen wird, dass sie ins Leben hineinkommen können. Und auf einmal funktioniert es im Leben. Sie finden ganz andere Freunde, sonst sind die so wie in einer Isolation drin. Und der Fluch bewirkt, dass sie wieder abgelehnt werden, wieder zurückgesetzt, wieder verunmöglicht, alles kaputt geht. Und dann bist du eben der, auf den alle zeigen. Das ist ein wunderbares Bild. Wenn euch das anspricht, schreibt es auf. Wenn euch so ähnlich gegangen ist, schreibt es auf. Oder wenn ihr Gewalt abbekommen habt. Und das hängt so drinnen, wie Schockzustände und Traumata, wie wir oft einmal auch sagen, einfach so Erlebnisse, negativ abgespeichert unten drin. Denn immer der Loser, ausgegrenzt. Und was die oft mitmachen, das sage ich euch. Ich habe es schon so, im Moment ist dieses Mobbing in den Schulen ganz brutal. Sogar gegen Christen, gegen Ministranten. Da ist die ganze Klasse, die okkult abgerutscht ist, haben die Ministranten verunmöglicht, fast kaputt gemacht. Dass sie sogar sagten, wir treiben dir deinen Jesus schon aus. Schon heftig. Versteht ihr, was da sein kann? Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Schreibt es aus. Wenn da irgendwas drinsteckt in dir, das ist nicht aufgeräumt. Oder du konntest nicht vergeben. Das erste ist Vergebung. Wenn er nicht von Herzen vergebt, wenn er es nur mal ausspricht. Er müsste es aussprechen. Dann kann Gott heilen und befreien. Ja, diese Ausgrenzung, weil jeder will irgendwie dazugehören. Wir sind doch so gestrickt. Wir sind in der Sozialisation. Wir wollen auch dazugehören. Aber jetzt haben wir eine neue Familie durch Gott. Wenn sie euch auch nicht wollen. Wir haben eine Familie, wo wir dazugehören. Gott. Die Familie Gottes. Der, der den Willen des Vaters im Himmel tut. Der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Wir haben doch eine Familie. Schaut mal um euch. Also aus diesem Zustand. Das ist ein tolles Bild. Geht aus diesem Zustand heraus. Wenn ihr euch so fühlt und wenn sowas in euch ist, gebt es ab. Und bleibt nicht in diesem Zustand, weil der Herr will euch befreien und heilen. Manchmal so sehr, dass die Menschen eben diesen inneren Schmerz, weil mit ihnen so umgegangen ist, äußerlich sichtbar werden lassen. Sie schlitzen sich. Schau mal, wie ich leide. Wie es da drinnen wehtut. Und das ist eigentlich wenig. Das sage ich euch. Gegen das, was innen drin ist. Und lass das mal heraus. Das tut nicht gut. Selbst eine Jugendliche gehabt, der hat sich immer geritzt. Da haben wir fest gebetet. Und dann kommt sie das nächste Mal. Du, ich habe es nicht mehr gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe es immer sonst gemacht. Aber was hat es Jesus gemacht? Ich brauche es nicht mehr. Er hat deinen Schmerz innen geheilt. Also, dass wir da rauskommen, versteht ihr? Dann eben dieses Mobbing ist ganz, ganz schlimm. Demütigungen, Drohungen, Beleidigungen, Herabwürdigungen, Schikanen, Nachstellungen und Ausgrenzungen. Wenn du das in deinem Leben erfahren hast, dann ist wirklich ein Milieu da. Da kann einiges in dir drin stecken. Lass es heraus. Aber nicht so, dass du es hundertmal herauslässt. Und jedes Mal die Schallplatte auflegst beim nächsten Kurs, schon wieder das Gleiche. Sondern lass es mal richtig aufräumen und dann lebe diesen neuen Menschen. Und nimm ihn auch an. Sehr, sehr wichtig. Genau, das habe ich euch schon mal gesagt. Dann kommst du aus dem Form. Wenn du die, die Liebe nicht bekommst, dann futterst du sie hinein. Dann, am Anfang warst du noch schlank. Und dann hast du so langsam die Form verloren. Die wollen mich alle nicht. Aber ich mich selbst wenigstens. Da kann wirklich eine Bulimie oder andererseits eine Magersucht entstehen. Da kommst du aus dem Form. Aber wenn du dich dann so vor dem Spiegel betrachten musst, dann bist du ja nur noch frustriert. Und du darfst auch auf dich schauen. Und Gott will es, dass du in guter Form bist. Und dass du dich in einer guten Form dem anderen repräsentierst. Das gilt nicht für die Schwangeren. Die dürfen ein bisschen Fülle zeigen. Die Freude, dass wieder ein Leben kommt. Die Freude, ein Leben zu haben. Also dieses Mobbing, einfach wenn das so da ist, seht ihr, wenn du so zeigst, zeigen immer drei Finger zu dir zurück. Sie sehen nur den Splitter im Auge des anderen, aber den eigenen Balken bei sich sehen sie nicht. Lass dir auch die Schönheit zeigen, wie Gott dich sieht. Nicht, dass du voll geschrien wirst, von allen kaputt gemacht wirst, wie es manchmal jetzt auch bei den Christen so ist. Manchmal fühlen wir uns so. Jetzt werden wir von der ganzen Menschheit attackiert und halten zu Christus. Und manchmal kann der Glaube dann baden gehen. Weil ich sage, nee, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und da braucht es einen tiefen Glauben. Trotzdem zu Gott zu halten. Vielleicht in der Familie der Letzte zu sein, der Loser zu sein, das Aschenputtel oder Abschaum zu sein. Und trotzdem, ich weiß, ich habe meinen Gott. Ich sehe ihre Taten, ich sehe, was sie machen. Und das kann unmöglich gut gehen. Und lassen wir uns helfen, wenn wir auch in einem solchen Zustand sind. Also gemobbt. Dann ein weiterer Punkt, es wird wenig aufgeräumt, die Rockmusik, das nennt man auch Backward Masking. Dann hat man einen Rock im Rückwärtsgang gemacht, drauf auf die Platten. Und da sind Botschaften drauf und die gehen auch hinein. Da haben wir ganze Revolutionen, die 68er, ins Leben gerufen. Und durch dieses Backward Masking und das unbewusst in die Seelen hineinkommt. Die Laneser Eiswerbung, wo man dazwischen das gemacht hat und so Laneser Eiswerbung, ohne dass es das Auge sieht, das hat man verboten. Das hat man verboten, weil dann die Kasse geklingelt hat und in den Pausen, in den Kinos, haben sie nur Laneser Eis gekauft, weil sie diesen Geschmack durch das Unterbewusstsein mitbekommen haben und dann haben alle Lust auf Eis gehabt. Das hat man verboten. Aber das Backward Masking, dieses Rock im Rückwärtsgang, wo dann zum Beispiel Satan ist Gott oder ihr dürft jetzt alle die sexuelle Revolution leben oder ihr müsst euch gegen jede Autorität auflehnen. Das hat man hineingestreut und das kommt in die Seelen der Jungen hinein. Das finde ich Wahnsinn, dass man die Jungen so manipuliert. Merk dir wieder, der Satan macht das so im Ding. Dass du, wenn du auch mal ganz drin gehangen bist in der Hardrock und sogar im Softrock, die ganzen Supertramp, Simon Carfunkel und so weiter, Beatles haben mit ihm gearbeitet, alle haben gearbeitet. Da kommt keiner hoch, der nicht in der Weise da mitarbeitet und der Satan lässt keiner hochkommen, wenn sie das nicht machen. Und das machen sie auch heute noch. Lass doch mal dafür beten, wenn da ein Zeug noch drin ist und du hast vorher so viel da rein gemüllt. Lass es mal rausholen und sag her, ich widersage dem. Ich habe das bei mir bemerkt, ich habe auch so ein bisschen, in der Jugend haben wir es so gemacht, ein bisschen Rock gehört oder sonst irgendwas. Das erste, wo ich mich bekehrt habe, war das, dass ich es nicht mehr hören konnte. Ich konnte es nicht mehr hören. Da hat Gott wie was abgeschnitten. Es tat meiner Seele nicht gut. Da in diesem Buch ist es sehr, sehr gut beschrieben. Wir haben so für Junge auch ein Roman, wo das beschrieben ist, wie die Arbeiten auch. Dann die Fernsehsucht, etwas ganz Wichtiges, ihr seht, die Manipulation, wo ich gestern auch gesagt habe, in dich hinein. Wenn du vor dem Karch oder vor dem Fernseh nicht mehr loskommst, du wirst manipuliert. Ich würde lieber im Wort Gottes lesen, bevor ich mich diesem aussitze, wo wirklich so viel geschehen kann. Dann sind wir nur noch da drin und sind voll von dem ganzen Zeug. Kommt gar nicht mehr weg vom Handy oder vom PC. Auch die Handysucht in der heutigen Zeit, das ist wirklich ganz, ganz schlimm, dass man gar nicht mehr wegkommt. Da sind sie stundenlang und zucken rum und kommen gar nicht mehr weg. Sie laufen da nur noch so rum und sehen den Nächsten nicht mehr. Tolle Bilder. Manche laufen sogar gegen einen Laternenpfahl und merken, bumm, jetzt bin ich wieder da. Versteht ihr? Selbst die Kinder kommen nicht mehr weg. Da müssen wir mal ganz viel anbeten oder auch Gott dahin bringen. Wir versuchen es jetzt auch durch die YouTube-Kanäle, dass sie wenigstens noch was hören. Das ist echt eine gewaltige Verführung. Wie ich auch gesagt habe, das ist das Standbild des Tieres, das wir anbeten. Wie lange ist ein Deutscher, ich weiß jetzt von Deutschland, dreieinhalb Stunden im Durchschnitt täglich vor dem Fernsehen. Und dann noch PC dazu. Wie lange beten wir? Wie lange gehen wir vor den Tabernakel? Wie lange sind wir vor der Heiligen Schrift? Wir müssen da raus, um wieder Gott kennenzulernen. Dann geht es nämlich so, dann nimmt man den Kindern das weg, aber das ist wie ein Heiligtum. Das ist wie ein Götze. Dann die Äußerlichkeit, die Ich-Sucht, das Selbst-in-sich-Verliebt-Sein, der ganze Narzissmus, wo im Grunde Gott nicht mehr Platz hat. Du bist voll von dir und du findest dich toll. Du findest dich gut. Und das ist eine Gesellschaft, die genau so erzogen wird, voll von sich, aber da hat Gott nicht mehr Platz. Du bist ein kleiner Götze, du bist ein kleiner Mensch, der sich anbetet selbst. Ha, klasse. Oder das. Die Frauen auch. Da sind sie selbst in sich verliebt. Ich liebe mich. Es hat nichts zu tun, meiner Liebe, mit der guten Selbstliebe. Wo wir uns selbst lieben, weil Gott uns liebt. Nein, hier kommt Gott nicht mehr vor. Dann bist du dir selbst ein kleiner Gott. Du liebst dich. Nur um deiner Selbstwillen. Aber das ist Egoismus, versteht ihr? Da geht gar nichts mehr. Ja? Ha. Gell? Jawohl, jetzt geht die Dinger mal runter, dass wir ein bisschen die Bilder besser sehen. Ihr wollt sehen, gell? Wunderbar. Also, da müssen wir Acht geben. Oder so, versteht ihr? Das ist ein tolles Bild. Er sieht sein Abbild im Wasser, weil es verliebt. Ha? Wunderbar. Da müssen wir noch Acht geben auf die Mutter Gottes, gell? Dass sie nicht mitgenommen wird. Könnte mal jemand hingehen, dass sie nicht an der Mutter Gottes hängen bleibt. Schön. Also gehen wir weiter. Die Spielsucht. Wer da drin in der Weise irgendwo behaftet ist. Manchmal zocken sie rum ohne Ende und kommen nicht mehr raus. Verzocken alles und hören gar nicht mehr auf. Dieser Bereich kann manchmal sehr, sehr stark sein. Wir sind wirklich in Süchten gefangen, unfrei. Und der Herr will uns befreien, dass das abgetrennt wird. Durch Jesus, befreit von der Pornografie. Ich gesagt habe, wenn das da oben drin steckt. Und sie kommen nicht mehr weg. Ganz besonders die Männer, aber heutzutage auch die Frauen. Das Unreine ist so stark. Ich würde sagen, das Stärkste im Menschen. Wenn er da gefangen ist, dann ist er richtig in dieser Sucht, in dieser Knechtschaft des Satans befangen. In der Selbstbefriedigung, in diesen Bildern. Und da kommt es ständig hoch. Und da dürfen wir Gott, dieses Blut der Gleiteinblösung, das Blut der Beschneidung und die Reinheit, Keuschheit, die Unfreulichkeit Mariens, dass das alles weggeht. Auch gestern Abend habe ich euch gesagt, dass die sexuellen Beziehungen, wo man mal reingerutscht ist, abgetrennt werden an Leib, Seele und Geist. Dass man da frei wird. Das, was so im Unterbewussten hochkommt, an unreinen Träumen und allem Möglichen und du merkst, hey, da bist du nicht weg. Und wenn du auch im Innerlichen, selbst wenn du verheiratet bist, doch noch denkst, ach, wenn es so eine gute Gelegenheit kommen würde, ich bin kein Kostverächter. Ich nehme das mit. Es ist genauso, wenn wir Priester in der Weise jetzt Ja gesagt haben zum Zölibat, aber innen drin sind wir ständig, Mensch, es wäre doch noch gut, dass wir verheiratet wären. Aber wir wissen ja, wie schwer das ist in der Ehe, oder? Da musst du berufend sein. So wie wir berufend sind, so wie ihr berufend seid und es zu tragen zu können. Ja? Wichtig. Und dass du aufräumst und den Wehr, die Hand an den Pflug legt und zurückschaut ständig. Ach, das wäre doch gut, verheiratet zu sein. Oder, ich würde doch lieber ins Kloster gehen, wenn ich verheiratet bin, dann hätte ich meine Ruhe. Hey, mach mal klar, Schiff. Trenn es auch ab. Nein, ich habe die Hand an den Pflug gelegt und ich bleibe dabei. Und nicht ständig, hätte ich doch nicht geheiratet. Hätte ich doch nicht. Oder sonst irgendwas. Das lehnt dich bis ins Mark. Du revidierst deine eigene Entscheidung. Und dann bist du wie eine halbe Portion. Du hast keinen Rückgrat mehr, du hast keine Kraft mehr. Und du tust ständig Jesus schwach machen in dir. Und du kannst nicht aus der Fülle deiner Sendung und deiner Identität, die du von Gott bekommen hast, leben. Da wären wir nichts, wir Priester, wären keine Schlagkraft. Wenn wir nicht sagen, Herr, manchmal, wisst ihr, im Kloster Brandenburg ist mal jemand gekommen, auch so im mittleren Alter, weil ich ja auch im mittleren Alter bin, und die wollte mit mir eine Beziehung eingehen. Die hat den ganzen Kurs gelähmt. Und dann saß ich sogar noch auf meinem Platz. Da steht ihr auf dem Frühstück. Dann bin ich mit meinem Teller auf mein Zimmer gegangen und habe mein Frühstück eingenommen, habe angerufen mit dem Telefon, führt diese Frau ab. Und die kriegt jetzt Hausverbot. Und dann haben sie sie abgeführt. Zwei Klosterschwestern haben sie abgeführt. Und ich sage es euch, innerlich habe ich eine Reaktion verspürt. Ab dort, ab dieser Entscheidung, habe ich eine Kraft bekommen, mein Zölibat besser zu leben. Weil ich mich entschieden habe. Wie auch Thomas von Aguin, sie wollten ihn hindern, dass er ins Kloster geht, haben eine Dirne zu ihm geschickt. Und in diesem Raum, wo er war, war ein offenes Kamin, da war ein Feuerhagen. Dann ist er mit einem Feuerhagen, der Dirne macht, dann hat sie verjagt. Und dann hatte er in dem Moment nie mehr eine Versuchung gehabt gegenüber einer Frau. Deswegen konnte er so tief in das Reich Gottes, in alles eindringen. Also, nehmt das weg, sondern da kommt der Löwe von, ja, das ist dann der brüllende Löwe, der dann kommt, wenn die Männer davor sitzen. Der kommt an, ist ein wunderbares Bild, dann kommt er an. Aber dann, dann macht er dich kaputt, dann demontiert er dich. Wenn du vor diesem unreinen Zeug sitzt und dich in eine Unfreiheit hinein, da betest du den Sex, da betest du den Körper der Frau an. Da betest du den Körper des Mannes an. Da betest du an den Sex, Gott. Diese unreinen Geister, wir müssen es Sklaven nennen, da betest du das an. Bete Gott an. Da weißt du, wer dich in die Unreinheit führt und dich beherrscht und versklavt. Dass dieses Kopfkino da oben weg geht. Und du nicht mehr auf diese Taste drückst. Sex. Das ist ein Gott. Haben vorwiegend die Männer. Und du weißt, wenn du das tust, ihr Männer oder ihr Frauen, ihr beschmutzt die ganze Ehe. All die Ehen gehen meistens auseinander, wenn die Männer da drin sind. Der Satan kann euch demontieren, weil es eine Ehebruch ist. Wer eine Frau nur Lüstern anschaut, hat im Herzen schon Ehebruch begangen. Sagt übrigens Gott nicht von den Frauen, sondern von den Männern, weil er die Schwachheit kennt. Er beschmutzt sie. Bringt das hinein, dass das weggewaschen wird. Er beschmutzt die eigenen Kinder, ihr Männer. Und die Frauen. Und wir beschmutzen als Priester, wenn wir da drin hängen. Die ganze Gemeinde. Alle. Dann gehen wir noch unwürdig zum Altar und tun das Messopfer zelebrieren, ein Sakrileg. Und sind in der Todsünde. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Und dann kommen vielleicht dadurch noch Abtreibungen oder sonst was. Wer da reingerutscht ist, Gott ist unendlich barmherzig und will uns auch da befreien. Und diese Reue, die niemand, eine Reue, die niemand bereut, wenn wir sie leben. Gott liebt, wenn die Menschen auch das alles bereuen. Wenn wir das bereuen. Sei ganz offen. Wir sind manchmal wie ein Abgrund, das sage ich euch. Räum auf. Und schreib es auf. Der ganze Bereich von den Drogen, also Rauchen, Tabletten, Drogen, Heroin, Kokain, LSD und die ganzen Medikamente, die du einnehmen willst, kenne mich da gar nicht so gut aus. Und wenn wir da drin sitzen, dann nimm es einfach hinein, dass es auch abgetrennt wird. Weil durch das Zeug lagerst du etwas in deinem Leib ab und es ist nicht gut. Es darf auch mal abgetrennt werden. Viele sind weggekommen. Wenn wir gut gebetet haben, sie wollten umkehren. Von all dem Zeug, was drinnen ist, dass es rausgelöst wird, wenn wir auch diese Spritze reinhauen und die nicht gut ist. Nämlich, wenn wir oft einmal beten und die Menschen nicht umkehren, dann können sogar noch die Bösen noch mehr kommen. Und siebenfach, weil das Haus nicht von Gott bevölkert ist, sondern es ist leer. Dann kommen sie und dann ist das Ende noch schlimmer. Dann der Bereich der Kaufsucht. Ja, wunderbar, gell? Das ist jetzt für die Frauen. Shoppen gehen. Alle Tüten in der Hand, der Kleiderschrank ist schon voll zum Brechen, aber es ist einfach ein Kick, was Neues zu haben. Ich tue mir was Gutes. Wie oft habe ich das schon erlebt und die Männer, die gehen fast kaputt. Man sagt, hey, das Bankkonto ist leer und der Schrank ist biegenbrechend voll und es wird immer noch gekauft. Und dann kommt eben, ja, aber Mensch, wenn es um die Hälfte runtergesetzt ist, das kann ich mich, kann ich doch unmöglich mich durch die Lappen gehen lassen. Da muss ich doch hin und da muss ich greifen. Ja, und ich muss mir was Gutes geben. Ja, so schafft die ganze und der halbe Preis. Das ist doch. Wie schön ist es, wenn du ein Habit hast, bist du immer angezogen oder wir Priester mit dem Hemd oder die Ordensfrau mit dem Habit. Da sind wir schon angezogen. Wir brauchen das nicht mehr. Aber wir werden so erzogen von der ganzen Medienlandschaft und von der ganzen Werbung werden wir so erzogen. Und dann stehst du da. Was soll ich anziehen? Merkt ihr? Und du machst ja alles für dich. Anstatt mal ein paar Gleiter wegzugeben in die Mission, dass die sich auch freuen, oder? Und den Gleiterschrank ein bisschen zu entleeren und denen was zu geben, die nichts haben. Das wäre auch mal gut. Dann bist du gefrustet. Weil es bringt dir nur kurzzeitig einen Kick. Geh mit Maria shoppen, sage ich als den Frauen. Die hat einen guten Geschmack und bringt es voll auf den Punkt. Und dann habt ihr was Gutes, kauft was Gutes, wo ihr auch ein bisschen lang haltet. Man soll keinen so Klump kaufen. Das ist gar nicht so gut. Dann die Sportsucht. Ich sehe, ich habe das auch kennengelernt. Ich habe ja Hochleistungssport gemacht, Leichtathletik, weil wir einfach gut waren und so. Und dann gerät es da mal hinein. Und der Körper, hoppla, jetzt ist was durcheinander gekommen. Okay. Also der Körperkult, die Sportsucht, dieses Sichtdarstellen. Wenn du Gott nicht hast, dann hast du nur deinen Körper, wo du darstellst. Das ist auch ein Problem. Dann sind sie durchtrainiert, wie Männer. Dann wollen sie eben ihre Muskeln auf Mallorca am Strand spazieren tragen. Die Frauen gehen so Tänze machen und alles Mögliche, um einfach voll dran zu sein. Es ist gut, Sport zu machen, versteht ihr. Aber wo ist die Intention? Tue ich es, dass ich meine wunderbare Seele zum Ausdruck bringe, die Gott mir gegeben hat. Der nächste Bereich ist Werkaholic. Die arbeiten ohne Ende. Die hören nicht auf. Sie sind gefangen in dieser Arbeit. Oft einmal durch Worte gefesselt, wo es dann gesagt hat, du bist nur gut und wertvoll, wenn du arbeitest. Und das läuft das ganze Leben hindurch. Ich gehe bis in die Klöster hinein. Es ist eine Botschaft da drinnen, im Herzen, abgespeichert. Rein gebrannt von den Eltern. Ich bin nur gut und wertvoll. Wenn ich arbeite, da kommen echte Workaholics heraus. Ich brauche nicht viel zu sagen. Wenn diese Botschaft in dir drin ist, lass sie zerbrechen. Du bist nicht wertvoll oder gut, weil du arbeitest. Du bist gut, weil du bist. In deiner Existenz, wie Gott dich gemacht hat mit deiner schönen Seele. Dann arbeiten sie, bis sie halber tot sind. Genau, da kommt ja oft einmal die ganze Habsucht heraus. Dann will man immer noch mehr und immer noch mehr und kommt nicht an ein Ende. Lass dich befreien von all dem. Ach, das gehört eigentlich noch zu dem anderen Bild. Das ist mir jetzt verrutscht, gell? Wenn es dann nur noch, hey, versteht ihr? Ihr wisst, was ich sagen will. Da betest du dich selbst an. Dann ein ganz wichtiger Bereich. Bindungen, falsche Bindungen. Schau mal, da siehst du es auf einen Blick. Wenn auf einmal die Schwiegermutter hineinkommt und das Tau zieht um den Sohn. Die eigene Frau und die Schwiegermutter ausfechtet. Und das Sohn ist wie ein Mama-Kindchen. Ja, genau, das Tau ziehen. Versteht ihr? Das ist wichtig, diese falschen Bindungen, die da sind, nimm sie weg. Auch die Streitsucht. Und dann, wenn das Kind, wenn die Ehe auseinander geht, alles weg geht. Und die Ehe so langsam auseinander bricht. Wenn das auch so ist. Und das Glück, was wir hatten, auseinander gebrochen ist. Und in Tiefe, wo Verwundungen und Traumata, Schockzustände. Und wenn da ein ganzer Lebensentwurf zu Ende ist. Und alles zerrissen ist. Dann bringt es auch hinein. Das will Gott heilen. Wenn die Ehe auseinander gebrochen ist. Wo so tief die Entscheidung da ist fürs Gute. Wenn es dann im Alkohol landet. In der Verelendung. Die Kinder darunter leiden, unterm Alkohol. Wenn du alles wegspülst. Es geht nicht weg. Die Alkoholsucht. Ist auch ein wichtiges Bild. Wo oft mal Hof und der ganze Besitz, die Kehle heruntergespült wird. Und das Satan alles zerstört mit diesem Alkohol. Was da oft kaputt gemacht wurde in dieser Alkoholsucht. Lass es aufarbeiten, was da drunten ist. Spül es nicht weg. Sondern gib es Gott. Das gilt auch, wenn diese Härte und Kälte kommt. Manchmal sogar dieses, dass sie aufeinander losgehen mit dem Messer. Das sind Traumata und Schockzustände, die die Kinder haben können. Wenn sie den Vater so sehen, dass sie auf die Mama losgeht. Dann kommt eben diese Gespaltenheit heraus. Bei den Kindern. Diese Aggressivität. Und dann noch das andere. Bei den Älteren. Und bei den Männern. Diese Zwangsgedanken, die auch da sein können. Bring sie hin, wo sie herkommen. Die wissen genau, wo sie im Grunde, wo die Ursache sein kann. Ganz wichtig. Dann der ganze Bereich der Esoterik. Wenn ihr da drinnen behaftet seid. Ich gehe mal kurz durch, dass wir zum Ende kommen. Wenn wir Yoga machen. Oder Hatha-Yoga. Wie es oben steht. Oder sonst irgendein Yoga. Du betest immer Gott an. Das sind Abbildungen von Götzen. Und Göttern. Und wir haben aber einen Gott. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben. Weil es ist ein Gott. Und du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Genauso die Wahrsagerei. Die Kinesiologie. Feng Shui. Dann Qigong, Tai Chi. Und alles mögliche. Wo man die Energien der Natur aufnimmt. Ich nehme die Kraft Gottes auf. Das reicht mir. Dann ist halt Natur, Gott. Aber das ist ein Problem. Dann umarmt man Bäume. Und holt die Energie hinein. Bis in die Klöster und die Bildungsstätten hinein. Wird das Zeug gemacht. Da wird gelesen in Wahrsagerei. Und was da alles passieren kann, wisst ihr. Dann sind Tarot-Karten da. Und dann will man wissen, wie die Zukunft ist. Und dann wird man immer mehr von diesen Dämonen der Wahrsagerei in Besitz genommen. Pendeln, was da alles ist. Und, und, und. Ihr seht es. Ying und Yang. Das ist auch das Problem. Dann Reiki. Da wirst du ganz sehr belastet. Das ist letztlich eine umgedrehte Heilung des Satans. Aber da bekommst du ganz schöne Dämonen ab. Haltet euch fern. Werft das ganze Zeug heraus. Brecht damit. Lasst euch befreien von dem. Denn nur Gott ist das wahre Heil. Die Esoterik bringt uns kein Heil. Es ist ein Pseudo-Heil, das dich letztlich nur belastet. Ja. Genau. Und jetzt sind wir am Ende angekommen. Jetzt haben wir einen Rund, einen Rundumschlag gehabt. Wo wir in der Unfreiheit sein können. Und Gott will dich befreien. Ja. Erinnere uns auch an das, was jetzt nicht im Vortrag drangekommen ist. Wo du erinnerst wurdest durch den Heiligen Geist. Und segne uns, dass wir jetzt alles aufschreiben und dann jetzt in die Segensdienste hineinkommen können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.